Wir wollen unser Bestes geben, in den nächsten Spielen. Wir wollen immer aggressiv ins Spiel gehen, immer wieder aufstehen, genauso wie die Fans. Rückschläge machen einen immer bloß härter. Kämpfen für die Fans, kämpfen für die Stadt, kämpfen für die Region, niemals aufgeben. Nur mit den Fans schaffen wir auch den Klassenerhalt.